Ja, ja bitte Willst du mich verarschen? Ich will das davor haben, ich will das Herz teilen, du dumme Schnäpfe Ja okay, weil das jetzt so piss einfach ist Ja super Warum mache ich das jetzt eigentlich? Nein, du dummes Huhn Warum das Problem ist, das Huhn steht denn da erstmal für die nächsten drei Jahre? Bleib, nein, 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 lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter Ja Ich kann die, okay gut, ich kann die nur Oh Mann, jetzt kriege ich nur Bomben, was ein Scheiß Nur weil das Ding jetzt gerade früher hochgegangen ist Oh, komm schon Blöden Hühner Warum mache ich das überhaupt jetzt? Komm, hier, weg damit Was? 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 Das gibt's doch nicht Ich will nochmal, ich habe ja nicht genug Obine Kann ich einen Kredit aufnehmen oder so ein Scheiß? Was ist das für eine Kacke? Ganz ehrlich